Grüezi miteinander, wir sind euer Gastgeber. Ich bin Katrin. Und ich bin Beat. Beim Hofdrünckli fangen wir unsere Tour an. Als erstes kreieren wir zusammen ein bisschen Emmental. Dann gehen wir auf den Rundgang. Im Rundgang lehrt ihr einen Teil von diesen 32 gefederten Orttierratzen von Sprachspezial an. Dann gehen wir in den Hofladen, wo die Kaffee nicht reif ist. Ich erzähle euch gerne etwas über die Produkte. Im Stall lehrt ihr weitere Nutztiere kennen, von denen, die nicht nur von Sprachspezialen unterstützt werden. Auf dem Hocker erzählen wir euch etwas über die Gegend und über das ganze Landwirtschaftsgeschehen. Wir gehen zusammen ins Aperon. Und er darf jedes sein Gutgeld-Packnigen-Kreation mit hinnehmen. Lass ihn etwas überraschen. Das war es müde. Das war es müde. Ich habe es müde. Ich habe es müde. Das war es müde.